Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und grüße mich wieder recht herzlich zurück hier zu Minecraft. Hier wird gerade fleißig versucht die Lavabrücke zu überqueren. Wir machen jetzt auch noch mal mit und zeigen einmal wie es richtig geht. Wir haben Robobu verloren. So geht das und jetzt schauen wir doch mal wer es gemütlich schafft hier rüber zu kommen. Ich bereite hier schon mal den Kuchen vor. Ich habe nichts dabei um Kuchen vorzubereiten. Wer es schafft bekommt Kuchen. So dann kommt man einfach. Da hinten ist einfach ein Dschungel. Es ist irgendwie süß. Es hat sich gelohnt. Es war so einfach aber es hat sich gelohnt. Aber ich bin ja selber so oft da jetzt lang gesprungen. Ich habe das schon inzwischen ziemlich drauf muss ich sagen. Bei mir läuft das inzwischen. Ach so ein voller Erfolg. Ein voller Erfolg. Oh herrlich. Auf die Idee mit den Betten hätte ich mal vorher kommen sollen. Dann hätte man da richtig schön... Wer hat denn, hat denn btw sofort mein Pony-Rätsel gelöst? Das war ja traurig. Erstmal finden und dann gucken die noch so Trollics. Spätestens wenn du denen einen Namen gibst ist vorbei. Oh Gott. Direkt in die Lava rein. Oh scheiße. Oh ist das herrlich. Ah ne es war gar nicht Pony-Cross. Pony-Cross ist hier. Er läuft. Props gehen raus. Props gehen raus. Wuuu. Wird besser. Es wird besser. Aber das Hox ist schick. Habe ich früher oft mit Fichte kombiniert. Ach das Holz. Yolo. Hallo. Krieg's nicht gebacken. Man muss eigentlich nur wissen was... Also man muss eigentlich... Man kann natürlich hier mit Tränken nachhelfen. So würde ich aber gar nicht machen. Ich glaube das macht es schwieriger. Am einfachsten ist tatsächlich einfach halt diesen Doppelsprung hinzukriegen. Doppeltap ins Rennen übergehen springen. Doppeltap ins Rennen übergehen springen. Und dann geht das schon. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer wenn man den Dreh einmal raus hat. Das sag ich ne. Ich als hochbegabter alter. Und nur den Anfangssprung ein normaler Sprung. Und auch den Endsprung ein normaler Sprung. Und dann dazwischen immer mit... Kuchen. Ich baue mal eben das Kuchenbuffet auf. Komm aber gleich wieder. Komm aber gleich wieder gucken. Das ist zu hellig hier. So. Moment. Dann machen wir eben schnell. Ach. Ach. Sehr schön. Witz, 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 witz. So. Eben... Eben bisschen Holz organisieren. Ich habe nämlich keins mehr. Ja. So. So. Das war echt gut hier. So warte. Hier gibt es nochmal für alle Kuchen. Hä? Okay. Und einer ist weg. So. Jetzt gehe ich nochmal wieder gucken. Es ist so witzig wie sie das alle versuchen. Ah. Sehr schön. Es ist... Also dafür hat sich mein einer Abend Minecraft durchgebingerei auf jeden Fall gelohnt. Ah. Da kommen sie doch raus. Die ersten Helden. Wollen wir eben gucken. Wer ist noch unterwegs? Da sind noch ein paar. Hä? Wer hat denn hier die Lava kaputt gemacht? Toll, alter. Schön den Lavasee kaputt gemacht. Wie kann... Wie kann sowas denn passieren? Das kann ja nur volle Absicht sein. Boah. Das passiert ja nicht. Aus Versehen. Zum Glück ist es trotzdem für einige zu schwer. Oh man. Schön für alle kaputt gemacht. Jetzt schön für den Rest kaputt gemacht. Ich brauche Lava-Eiber. Hat jemand Lava dabei? Und wieder auffüllen. Oh man. Ich gucke mal eben. RPTP. Fuchsturm. Lava muss alles kaputt machen, Alter. Immer das Gleiche. Woher soll ich denn wissen, dass ich da Wasser überhaupt platzieren kann? Weil der Claim ist... Weil ich den Claim... Den Claim gelöscht habe. Wie ich mehrmals erklärt habe. Ich habe auch noch drei. Ich habe hier auch noch drei. Ich habe hier auch noch drei. RPTP. Fuchs. Backstube. Ach scheiße. Jetzt komme ich da gar nicht mehr hin. Kacke. Ich kann mich mal reporten. Mein Claim ist ja jetzt weg. Ist ja jetzt weg. Ist ja jetzt weg. Scheiße. Ah. TP. Nia Fox zu Nadinchen. Ah. So. 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 Alles kaputt gemacht hier. So. Dann wollen wir mal gucken. Das kriegen wir gar nicht mehr mit drei Eimern richtig zusammengebastelt. Aber scheiß drauf. Besser als gar nichts. So. Den kriegen wir den noch weg. Ja. Sehr gut. Okay. Es ist so. Halb repariert. Es ist so. Halb repariert. Hahaha. Auch mal ne. Das war mal ne geile. Mal ne. Geile. Liebe. Alfons. Ich sehe. Ihr werdet. Kreativ. Hahaha. Ja. Ich muss mir erstmal wieder ein Claim organisieren. Zumindest für das Häuschen. So. Damit ich da wieder hinkomme. Und die das nicht alle komplett kaputt machen. Kannst ja doch kein Vertrauen haben. Hier offensichtlich. Gibt ja immer so ein paar. Die es nicht gebacken kriegen. So. Links klick. Und claim ich mir das wieder. Rechts klick. rp. Claim. Fuchs. Back. Schube. Puff. So. Jetzt gehört mir das wieder. Zumindest das hier. Gehört euch Kuchen. Hm. Habe ich extra für euch gebacken. So war es das bis hier hin. Ich habe echt Hunger. So in real. Hunger ist echt so ne Sache. Echt mal so ne Sache. Aber ju. Von mir war es das. Wollte euch. Bleib jetzt noch ne bisschen hier. Guck beim. Kuchen. Mumpen. Zu. Epi. Black. Hm. Hallo. Chess Axis. Hallo. Redstone Axis. Hallo. Buttons. Hallo. Fly. Hm. Mom. rp. Delete. rp. Yes. Nu aber. Bevor ich da jetzt jeden dem Claim hinzufüge. Hau erstmal euch den Kuchen rein. Ich claime das dann später wieder. Ich mamfe jetzt auch erstmal ein Stück Kuchen. Yum. 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 Ah. Habt euch auf jeden Fall gut geschlagen. Waren ein paar kreative Lösungen dabei. Wir sind auf ewig hier gefangen. Hahahaha. Hä? Eigentlich ja. Und das mit Elytra finde ich geschummelt. Das stimmt. Also ich, ich hab ja bewiesen jetzt mehrmals. Es ist durchaus machbar. Man kann das, man kann es schaffen. Aber das war jetzt richtig witzig, wie dann auf einmal alles so runtergefallen ist, als der Boden kaputt gegangen ist. Es war schön. Es war wirklich schön. Ich muss aber nochmal sagen, der Anblick, wie unter euch allen der Boden verschwand und ihr hinabstürztet, das war so witzig. Das sah so gut aus. Kann kein Kuchen essen. Hier gibt es keinen Claim. Dann bist du vermutlich satt. Was kam dann nach der Lava noch? Nix mehr, nix mehr. Nur noch der Aufstieg. Und dass der Kuchen eine Lüge ist, was er dann doch nicht war. Der Kuchen ist eine Lüge. Ich wollte auch mal, auch mal was mit Redstone machen. Jetzt werde ich hier gehänselt, Alter. Was soll denn das? Danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. War cool. Von mir aus war es das dann auch. Ihr dürft euch gerne weiter am Lava-Becken versuchen. Ich claim das jetzt mal aber wieder hier. Wir fangen hier hinten an. Links. Und rechts. We are protecting this area for you again. Das arme Ding. An, aus, an, aus, an, aus. Heute weiß ich auch nicht, was ich hier vorhabe, ne? So, nur aber. Wunderschön. So. Fuxi, dein Wald wartet auf dich. Haha, neues Jahr gibt es sauberes, oder Fux? Kenshin, geht gleich los. Eben noch die Folge beenden. Folge beenden. Das lohnt in den 3 mit nicht mehr. R, P, Z, T, P. So. Das habt ihr schön gemacht. Jetzt gibt es der Bauer Horse. Bauer Horse ist Ende. Ist Ende bekufen. Hahaha. Wieder geclaimed. Ich kann mich auch wehren. Hahaha. Ah, was ein Haufen an Leuten hier, ey. Ach, sehr schön. Ich vermisse den Boden, muss ich sagen. Ich vermisse meinen Boden. Los, los, los. Wer schiebt wen als erstes rein? Wer schiebt wen als erstes rein? Hahaha. 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 Andenken, behalten können. Hahaha. 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 Wie sie sich da alle gegenseitig rein schubbern, ne? So Leute, war schön. Ich bin dann auch wieder raus. Viel Spaß noch. Schönen, schönen Sonntag wünsche ich euch, Walke. Bis zum nächsten Mal. Jo, was ist denn los mit ihr? Wo können wir die mal hin teleportieren? RP, RP, CP. RP, CP, äh. Nee, RP, CP. RP, CP. RP, la, hu, mip. Wux, wau. Wasser, wux. Boop. This player never joined the server. Was? Oh, wrong player name. Hier ist es wie jetzt doof. Al, la, hu, mip. Bup. Hm. Achso, ich habe es falsch gemacht. RP, TP. Wasserfuchs. Wasserfuchs. Fuchsbau. La, hu, mip. Egal. Jetzt hat es zu lange gedauert. Jetzt würde sie den Kontext nicht mehr verstehen. Siehst du über 400 Ecken? Komm zum Besitzer zurück. Was ist denn nun los? Was ist denn nun los? Okay, dann würde ich sagen, würde ich sagen, danke nochmal. Und ihr könnt wieder eurem Tages, äh, Tagesgebasteln nachgehen. Oder in den Sonntag verschwinden. Schauen wir jetzt noch den Wald an, noch den Wald an und dann ist hier auch Frühstücken angesagt. Meine Lieben, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kläugemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumenlein da. Kommentare und Feedback natürlich will man gerne in dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017